Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Simoni, ihr habt ein großes Jubiläum heuer bei Steif. 140 Jahre, das ist meine Nummer. Richtig, 140 Jahre. Unsere Firma wurde 1880 gegründet von Margarete Steif. Alles angefangen hat mit einem kleinen Elefanten, das in dem Modemagazin gesehen hat. Wir bezeichnen es als unser Elefantle und das Original wirklich von damals ist im Steifmuseum auch nur zu sehen. Oh toll, aber du hast jetzt einen Bären hier mitgebracht. Ich meine, mit Steif verbindet man auch eigentlich eher den Steifbären, der auch so ein bisschen hart ist. Dadurch, dass wir unser Jubiläum feiern, haben wir natürlich auch eine exklusive Edition rausgebracht. Das ist jetzt ein Teddybär für Sammler und natürlich, was darf nicht fehlen, auch das Elefantle mit dabei. Und ihr habt heuer hier diese wunderbare Glaswerkstatt hier gebaut, ist aber eher so eine Bilderwerkstatt, oder? So produziert ihr doch heute nicht mehr. Doch, tatsächlich produzieren wir es so. Und der Bau, wo wir jetzt auch hier drin stehen, ist nachgebildet von unserem Original Glasbau von 1903, der wirklich auch hingegen noch steht. Und wollen einfach zeigen, wie wirklich so ein Steiftier, egal ob es jetzt ein Elefant ist oder ein Bäs, von Handarbeit noch hergestellt wird. Und deine Kollegin näht Elefantle? Genau. Meine Kollegin, die Sonne, näht jetzt auch ein Elefantle aus Filz. Das war auch das Material von damals und zeigt wirklich die Handarbeit, die Tradition. Okay. Das heißt, dieses Jahr bei euch alles auf Geschichte? Ja, ich meine, so ein Jubiläum muss man einfach feiern. Und das war ein Meilenstein, dass damals die Firma gegründet wurde und was eben auch daraus wurde. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeux. Mein Pool.